Hallo zusammen, ein kurzes Infovideo. Ich wollte eigentlich ein Let's Play Thief machen, also von dem neuen Thief, dem vierten Spiel aus der Reihe. Leider ist es jetzt aber so, dass das Spiel immer abstürzt oder gar nicht erst startet, wenn man Programme wie DixTory im Hintergrund laufen lässt. Und dieses Programm DixTory ist das Programm, mit dem ich meine Let's Plays aufnehme. Also ich kann das Spiel zwar spielen, aber ich kann es nicht aufnehmen. Damit bin ich nicht alleine. Das Problem haben mehrere Leute und ich hoffe, dass die deswegen bald einen Patch rausbringen, der das behebt. Ich habe den ersten Patch schon ausprobiert. Es gibt schon einen, der vor ein paar Stunden erschienen ist, hat bei mir das Problem nicht behoben. Und ich kann es, beziehungsweise will es auch mit keinem anderen Programm aufnehmen, aus dann anderen Gründen, Problemen, die dann auftreten. Deswegen, ja, müssen wir, muss ich und ihr leider warten und hoffen, dass das noch klappt. Ich werde es kaum darauf an, wie lange das jetzt dauert. Bis das behoben wird, das Problem werde ich es vielleicht schon mal für mich allein ein bisschen anspielen. Das heißt, es wird dann kein komplettes blindes Let's Play, sollte es noch klappen. Und wenn die es einfach nicht hinkriegen, in den nächsten Wochen das zu patchen, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt dann aufnehmen werde. Muss ich mal gucken. Aber hoffen wir jetzt einfach mal auf das Beste, damit, dass die vielleicht schon in den nächsten Tagen jetzt was rausbringen, dass man das auch gescheit aufnehmen kann. Ich hoffe sehr. Also, ich muss euch leider noch ein bisschen vertrösten. Und dann hören wir uns hoffentlich in einem meiner anderen Let's Plays. Bis dahin.